Heute Abend spielt der VfL Osnabrück in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Köln und ich habe schon richtig Bock, ausverkauftes Haus und Flutlicht an der Bremer Brücke. Das letzte Spiel gegen den 1. FC Köln ist ja nicht so gut für uns ausgegangen. Dies war auch ein Spiel im DFB-Pokal in der zweiten Runde in Köln. Dort unterlagen wir den 1. FC Köln mit 1 zu 0 durch den Treffer von Antony Modest. Das Spiel war ja auch 2020 in der Abstiegssaison. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen für uns, aber bisher sieht es ganz solide aus für uns. In den ersten beiden Spielen haben wir einen Punkt geholt gegen zwei Teams, die ja oben auf jeden Fall oder im oberen Drittel auf jeden Fall wahrscheinlich mitspielen werden. Gegen den Karlsruher SC und gegen den SC Paderborn. Dort konnten wir ja auswärts einen Punkt entführen durch den Treffer von Florian Kleinhansel zum zwischenzeitlichen 1 zu 1. Also haben wir auch mal direkt den ersten Punkt in der Liga eingefahren und jetzt sind wir auch mal vielleicht bereit für einen Sieg im DFB-Pokal. Wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Bei den Kölnern fallen auf jeden Fall auch ein paar Spiele aus, so wie Lindenmeiner, Djejan, Ljubicic, Florian Dietz, Noah Katterbach und Jan Thielmann. Natürlich auch nicht vergessen darf man Steffen Tiggis, auch viele Jahre beim VfL gespielt. Heute größtenteils in der Jugend, aber auch zwei, drei Jahre in der dritten Liga für uns gekickt. Auch dran beteiligt an den Aufstieg damals 2019. Bei uns sieht es anders aus. Wir haben nämlich nicht so viele Verletzte, nur die Langzeitverletzten Timo Beermann und Emeka Odor. Auf jeden Fall hoffen wir mal, dass die Spieler wieder fit werden, auch vom 1. FC Köln. Und ja, dann gucken wir mal heute Abend, was so gehen wird ja für uns. Auf jeden Fall die Kölner, auf jeden Fall auch mit einer guten Fanbase werden sie kommen. Ist auch immer ganz cool. Gibt ja auch einige Teams, die im DFB-Pokal sind, die ja nicht so eine gute oder große Fanbase haben wie der 1. FC Köln. Also ein ganz attraktives Los, würde ich mal sagen. Und noch ein Spieler vom 1. FC Köln hat VfL Vergangenheit. Nämlich der Zeugiter Marvin Schwäbe, der 28-Jährige hat nämlich in der Saison 5, 2015, 2016 für uns gespielt und hat insgesamt 39 Spiele absolviert. Und ihr seht das schon, so kann man natürlich nicht ins Stadion gehen. Also zeige ich euch mal eben mein Outfit. Und das ist natürlich das Heimtrikot von dieser Saison mit Christian Conte hinten drauf. Und das ziehen wir mal eben ganz schnell an. Nämlich auf diese Art. Und circa in einer Stunde geht's los. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Osterbrück zum Pokalspiel gegen den 1. FC Köln. Wir haben es jetzt 18 Uhr. Das heißt, jetzt geht's ab nach Osterbrück. Nehme nochmal vorsichtshalber eine Jacke mit. Da es ja später vielleicht etwas cooler werden könnte. Und dann geht's jetzt ab nach Osterbrück. Der Brück-NASC ist natürlich auch im Start. Und dann geht's ab nach Osterbrück. Jetzt stehen wir doch gerade noch im Stau. Wir suchen die ganze Zeit nach längeren Zeit schon Parkplatz. Es ist sowieso immer kritisch hier, einen Parkplatz zu finden beim Stadion. Da ja einfach nicht viele sind, da der Stadion halt mitten im Wohngebiet liegt. Und jetzt versuchen wir bei der Halle-Gradlage einen Parkplatz zu finden. Aber man sieht, ja, da ist die Schlange ziemlich lang. So, jetzt haben wir einen Parkplatz gefunden. Mussten ein bisschen anstehen, aber jetzt haben wir einen. Hier bei der Halle-Gradlage ist unser Selbstbildplatz frei. Und ich sag euch eben meinen Tipp. Ich tippe nach Verlängerung 3 zu 2 für uns. Auch wenn ich danach 20 Herzinfarkte habe. Und dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Stadion. Ganz schön was los hier. Und jetzt gibt es erstmal aber eine schöne Manta-Platte und was zu tun. Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Eine schöne Manta-Platte. Und dann geht es gleich ins Stadion. Und es ist hieber, ja, einer Stunde um 15 Minuten ist Anstoß. Und es wird heute auch eine Choreo geben. Also bin mal gespannt, wie die aussieht. Sehr, sehr nice. Die Aufstellung ist auch schon draußen. Ich blende sie euch hier ein. Es gibt sogar ein paar Veränderungen. Ja, Pipo Kühn ist im Tor für Lennart Grill. Vielleicht, ich weiß es nicht ganz genau, aber kann sein, dass Kühn auch im Pokal jetzt, wenn wir weiterkommen und so, halt jetzt immer im Tor stehen wird. Halt, dass Kühn halt Depri-Pokalt-Torwart ist. Und halt Viererkette so geblieben mit Aydeni, Wiemann, Jamfi und Kleinhansel. Das Mittelfeld ist auch so geblieben mit Thala, Matesche und Kunze. Aber der Sturm hat sich so gut wie ganz verändert. Nämlich für Conté, äh Conté ist drauf, für Noel Niemann. Wried bleibt im Sturm. War ja auch ein Paderborn im Spiel schon im Sturm. Neben Erik Engelhardt. Und Charalambos Makridis ist für Erik Engelhardt in der Partie. Auf geht's! Hallo Willkommen und in 45 Minuten geht's los. Stadion wird ganz gut gefüllt auch. Natürlich ausgekaufter Gätselblock. Auch ein paar tolle Fans, auch hier. Osterluka, ein Bereich. Ich hoffe noch mal, dass wir in Osterluka kennen. Warte mal wieder 1-2 Kölner und in Osterluka. Und die Oster natürlich schon jetzt schon raffelvoll. Und eine coole Choreo wird's geben. Herz zur Stadt Osnabrück. Osterl, 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 Osterl! Osterl, Osterl, Osterl! Osterl, 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 Osterl! Osterl, 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 O Achtung! Auf geht das der G Petersen! Auf geht das der G Petersen! Auf geht das der G Petersen! Ich habe die Nachricht gesagt, ich schlage hier ein, aber ich will den Antwort nach wieder mal, die ihr Infektionen! Einmal noch in uns die Nach Andrea! Sie haben die Nachricht gezogen, die wir in den táchlichen Nachrichten haben, die wir in den Tatsachen machen! Und dann sind die Nachricht jetzt, die wir in den Tatsachen haben, wir in den Tatsachen haben, sie wir in die Runde! Der Spieler von Säger zum Beispiel will. Den Tor mit den Nr. 22, Diktor, Hüi! Die Nr. 3, Lilla Weiß, Flutten! Mit der Nr. 4, Lix, Hüi! Die Nr. 4, Lix, Hüi! Die Nr. 4, Lilla Weiß, Baschi, Hüi! Die Nr. 3, Lilla Weiß, Baschi, Hüi! Die Nr. 4, Lilla Weiß, Hüi! Die Nr. 4, Lilla Weiß, Baschi, 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 Hüi! Nein, ich stehe! Oh, oh, oh! Sieh die Felser aus der Kuh, oder wir verstehen die Welt, Auf sein Leben, den wir zu begleiten Wie Prostet, wie magst du sein? Und zuerst keine Stadenein Für die Fahrt der Kinderpreise Und wo ich dir gar nicht mehr Ich bin echt nie 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 mehr Ein Gerät aus dem Boden kommt Deine Gegner, fast zum Wahnsinn Unser Mannschaft, vor dem Tod Hat den Allgleichs-März gegrüßt Ich hab' aus der Haare gegrüßt Kommt es los und so schnell Für eure Glück Du für diese Wahl Und hier der Film und Stein Wir sind alle ein Stück und hier der Film und Stein Und hier der Film und Stein Wir sind alle ein Stück Und hier der Film und Stein Auch unter dem Ende des DM ... Applaus 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 Macht die Freistoß, aber auch gute Parade! Die Freistoß! Die Freistoß! 1 zu 0, aber er ist verdient. Er hat einen Hontagsschuss im Winkel. 43 Sekunden, aber er hat auch genug Zeit. 4 Juns! 4 Juns! 5 Juns! Ja! 10 Juns! 11 Juns! 10 Juns! 10 Jun! 11 Jun! Hallo! und dann geht es weiter. Einmal in der Stadt, der Postenstallag, der Landtischallag, und ein paar Störungen bis zum Landkreis, wenn wir uns übergehen, die wir uns aus der Halbzeit haben, wenn wir nach Kussendrinken ganz in den Nachstimmungsraum einfach, aber die Störungen haben wir noch ein paar Störungen Dankeschön, ja. Dankeschön. 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 Goal, they're falling. Good job, Alexey. Thank you. Hey, guys, don't even have a problem with what they are doing. I'm doing this. Goal! 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 Kastasai-koll! Brä Day! Ja! Bra veulent! Elba! Und das ist so einfach! Das ist so einfach! Wichtig! Matrides hat sich die Pünne geschnappt. Matrides! Wo wir gegen Elba schießen. Bitte! Die große Chance, ey! Ja! 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 Das schon stimmt! Die gute Chance, aber egal, das schon! Wir spielen! Wir spielen! Wir spielen! 70-60 Minuten! Tor für unsere Töne! Wir werden alle auf! Dann haben wir den Spielstand, denen wir heute was sagen können! Kein! Kein! Nur! Danke! Wie geht es! 0! Oh mein Gott! Das ist schon so gut. Willkommen aus! Die letzte Minute Nachspielzeitung noch einmal. Ein, zwei Stunden auf dem Hüttenfeld. Sonst geht's jetzt um die Verlängerung. Es geht tatsächlich um die Verlängerung. Die letzte Minute Nachspielzeitung noch einmal. Die zweite Minute Nachspielzeitung noch einmal. Ist das bitter! Der Ball rutscht bis ganz saugen, zwei Pfosten durch und da steht der Kölner. Zwei Distanz-Tore, die einmal auch gut geschossen sind. Einmal ist man gegen etwas zum zweiten Pfosten gerutscht. Bitter! Applaus 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 Geh auch, geh auf den Kopf. Ich weiß nicht, ob man mich sieht. Auf jeden Fall, das war es mit dem Video. Ich hoffe, der Stadion-Vlog hat euch gefallen. Leider hat es sich gereicht zum Sieg. Da sind die Körner einfach ausgegangen. Da hat man auch klar gesehen, wer der Bundesligist ist. Aber die Chancen waren da. Also es war nicht unmöglich. Leider hat er die Chancen liegen gelassen. Und somit verlierst du nach der Verlängerung mit 3 zu 1. Aber man kann stolz auf die Leistung sein. Und dann am Sonntag geht es weiter gegen Nürnberg. Und da gibt es natürlich auch wieder einen Stadion-Vlog. Sofern nichts dazwischen kommt. Und dann sehen wir uns gegen Nürnberg wieder.